So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem nächsten Interview. Dieses Mal habe ich zu Gast eine, ja man könnte schon sagen eine Hearthstone-Legende. Den lieben guten Kammlern habe ich zu Besuch. Er wird uns über seinen Werdegang als Streamer und über seine Karriere als Hearthstone-Spieler schildern. Doch bevor wir uns das anschauen, ein kleiner obligatorischer Hinweis auf meine Social-Media-Kanäle. Ich bin Pavel und beschäftige mich mit außergewöhnlichen Perspektiven für die Games-Branche und für das Leben als Content-Creator. Schaut euch gerne auch mal um, aber ich will euch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Viel Spaß mit dem Interview. Kammlern, Daniel Kammlern, wie auch immer, herzlich willkommen bei mir im Interview. Ich freue mich sehr, dich hier als Gesprächspartner bekommen zu haben, weil du neben Content-Creatorei sozusagen auf Twitch auch im E-Sport ziemlich gut unterwegs warst und teilweise noch bist. Deshalb freue ich mich insbesondere. Hallo, Kammlern. Hi, danke schön. Bevor wir in meine Fragen einsteigen, kannst du dich ganz kurz für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, vorstellen, was machst du, wenn du magst, auch leicht aus dem Privatleben, aber nur, wie viel du preisgeben möchtest. Und was machst du so im Internet, wie lange machst du das? Und erzähl dir so ein bisschen zur Historie, bitte. Ich bin hauptberuflich Streamer seit fünfeinhalb Jahren, sechs Jahren, ich weiß es gar nicht, wann ich angefangen habe, wenn ich ehrlich bin. Seit Äonen von Jahren bin ich Internet, Twitch, hauptberuflich Creator. Ich habe viel, viel Verschiedenes in der Branche gemacht. Ich bin ursprünglich zum Streaming gekommen, weil ich eine Doktorarbeit schreiben wollte. Ich habe meinen Master in Organisationsberatung geschrieben. Und dann bin ich auf Twitch gestoßen und dachte so, okay, vielleicht ist das ein Thema für eine Doktorarbeit. Ich habe angefangen zu streamen und habe die Doktorarbeit nie geschrieben, weil ich dann hauptberuflich Streamer wurde. Klassiker, passiert mal eben, dass man Streamer wird. Klassiker, man kennt. Und habe dann eSports Hearthstone gemacht und bin um die Welt gereist. Und eines der ersten Turniere, die ich gespielt habe, war die WCA 2015 in Chinchuan, in der inneren Mongolei, da bin ich hingeflogen. Ja, ja. Und habe dann viele Turniere gespielt erst mal, das dann aufgehört, dann viel gecastet, also kommentiert für Blizzard, auch die ganzen Weltmeisterschaften auf Deutsch. Und jetzt zuletzt habe ich Hearthstone ins Korn geschmissen, oder wie sagt man, die Flinte ins Korn geschmissen, was Hearthstone betrifft. Und bin mittlerweile eher so Richtung Game Studies wieder orientiert und schaue mir an, wie lernt man denn in Spielen so generell. Also so eher methodisches Wissen als fachliches Wissen. Das ist ja, das ist ja dann wohl inhaltlich schon eher wieder das, wo du eigentlich ursprünglich deine Doktorarbeit drüber schreiben wolltest, oder? Es geht wieder in die Richtung, ja. Weil, ich meine, wenn man den Luxus tatsächlich hat, Computerspiele hauptberuflich zu machen, so, dann ist das mega cool. Aber irgendwann, so gerade weil das Spiel, was ich hauptsächlich gespielt habe, dann auch irgendwie E-Sports ein bisschen weggebrochen ist, einfach so, oder auch uninteressant wurde. Und dann den ganzen Tag zu zocken, ist zwar schön, aber wenn man das eine Zeit lang macht, dann ist es auch jetzt nichts, weiß ich nicht, ich, also mal wieder so Erkenntnis generieren, oder mal auch selber was dazu zu lernen, ist halt schon die Prämisse jetzt. Ja, 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 also ich sehe da auch, so habe ich dich auch kontaktiert letzte Woche, dass ich da auch Parallelen sehe, weil du dich auch über das Spielen hinaus noch weiterbilden möchtest und dich noch mehr als nur mit den Spielen an sich beschäftigen möchtest, sondern auch noch so diesen wissenschaftlichen Touch mitnehmen magst. Das hat mir sehr imponiert und das gefällt mir, das finde ich super interessant. Und zu dem Thema, dass du Hearthstone, ja, den Rücken gekehrt hast, als Vollzeitjob sozusagen, das ist, da bist du ja sehr tief inhaltlich in deinem letzten YouTube-Video eingegangen. Schluss damit. Deshalb werde ich dich hier in diesem Gespräch nicht zu sehr damit beschäftigen. Ich werde das Video verlinken, damit alle Interessierten sich das nochmal gerne angucken wollen. Ist auf jeden Fall eine super interessante Geschichte, wie du auch deinen Werdegang als Streamer beschrieben hast und wie, ja, was dir dort wichtig ist. Aber als Kern-Takeaway von mir, in diesem Video habe ich mitgenommen, dass du, ja, deinen Twitch-Stream auf so drei Säulen aufgebaut hast. Einmal Hearthstone als Spiel, dann das Lernen, das Wissenschaftliche dahinter und einmal die Musik. Das ist ja schon eine echt, ja, du hast dich schon gut spezialisiert. Wie war das denn für dich, sich so stark zu spezialisieren und dir auch so lange treu zu bleiben im Sinne von kreativer Freiheit? Naja, das Spezialisieren, das hat sich eigentlich fast automatisch ergeben. Ich habe mich damals halt hingesetzt und war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte tatsächlich Streamen, macht mir Spaß, ich möchte das weitermachen. Ich hatte genügend Erkenntnis gesammelt, um zu wissen, okay, ob ich jetzt eine Arbeit drüber schreiben will oder nicht so. Und habe mich dann entschieden, ich mache es weiter und wenn ich es weitermache, dann muss ich irgendwie vielleicht eine Idee oder einen Plan haben, wie ich das mache. Und das waren halt die drei Punkte, die mich halt vom Markt abgehoben haben, so gesehen, Hashtag abgehoben. Aber die ich halt besser konnte als die anderen, die im Markt waren damals. Und dann war es eigentlich selbsterklärend und das hat dann so gut funktioniert, dass ich mich halt damit halt selbstständig gemacht habe. Und das auch jahrelang halt nicht verändert habe, so. Und auch wenn ich dann viele andere Sachen zwischendurch mal gemacht habe oder so, waren das halt immer so die Kernpunkte eigentlich. Aber kamen natürlich auch viele andere Sachen, so. Ich meine, wir haben dann noch ein E-Sports-Team gegründet, dann noch zwei Firmen gegründet, also eine Agentur auch. Und da war ich dann auch unterwegs, aber es ist halt verschiedenes immer gewesen, aber darum war es halt auch gut, so gesehen, wirklich einen Plan oder eine Idee zu haben, was möchte ich denn mit dem Stream machen. Ja, auf diesen Plan würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter eingehen, weil ein Plan ist erstmal so, ja, was bedeutet das, ein Plan? Für mich gibt es auch immer so Strategy versus Tactics. Ich weiß nicht, ob du mit diesen Begriffen was anfangen kannst. Strategy ist halt eher so das Visionäre, so vielleicht, ich habe drei Säulen, was langfristig gilt. Hast du dir auch so einen kurzfristigen Plan aufgeschrieben, wo du dir kleine Ziele gesetzt hast, die du dann konsequent verfolgt hast? Hattest du da so, ich sag mal, auf Mikro-Ebene auch dir einen ordentlichen Plan überlegt? Naja, irgendwie nicht. Nee, weil tatsächlich ist Streamen und insbesondere gut zu sein in einem Computerspiel ist viel Grinden einfach. Ja. Ich habe Turniere gegrindet, ich habe Hearthstone gegrindet und ich habe das Streaming gegrindet. Und je mehr du das machst, desto besser ist es so unterm Strich. Und von daher gesehen hat es gereicht, eine Strategie zu haben. Taktische Geschichten kamen bestimmt irgendwie dazu, aber jetzt, also... Wahrscheinlich eher intuitiv hat man sich dann für Dinge entschieden, aber nicht, dass man sich bewusst einmal alle zwei Wochen überlegt hat, so, diese Schritte mache ich jetzt, um erfolgreich zu sein. Nee, also die einzige Schritte, die ich gemacht habe, war einfach die paar Schritte an den Rechner und dann einfach teilweise 27 Stunden am Stück gestreamt. Oh, das ist hardcore. Und das in deinem Alter. Ich habe das auch mal probiert, aber ab Stunde 16 habe ich keinen Bock mehr. Da bin ich durch. Also ich kriege das nicht hin. Aber ja, so Hut ab. Also ich sehe immer wieder Streamer, die ihre Grind-Streams da reinschmeißen. Erfordert schon Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Ja, 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 ich würde es heute auch nicht mehr machen, weil man opfert schon zu viel damit. Ja, 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 da habe ich auch meine ganz besonderen Gedanken, aber das soll jetzt nicht der Inhalt sein. Dieser Schritt, ich meine, du hast ja als Berater gearbeitet, davor auch kurzzeitig, oder ich weiß gar nicht wie lange, und hast dann gesagt, so, jetzt ist das hier mein Job. Hast du da so einen fließenden Übergang gemacht oder hast du einen harten Cut gemacht, so nach dem Motto, so, jetzt gehe ich all in und mache jetzt Risiko und gucke, wie es wird? Ne, das waren verschiedene Schritte. Ursprünglich von der Uni kommend, ich habe sieben Jahre lang Lehre gemacht an vier verschiedenen Hochschulen in Hessen und habe pro Semester so sieben, acht Seminare gegeben, Blog-Seminare, also, und habe nebenher dann noch Beratung gemacht und auch in der Beratungsagentur in Kassel was gemacht, so, wo ich gewohnt habe. Was für eine Beratung, Entschuldige? Welche Beratung? Also, wenn ich beraten habe, also, ich habe halt Coachings gegeben, Unternehmensberatung, also, darin war der Master auch, und mein Steckenpferd in Anfangszeichen, was ich auch viel gelehrt habe, ist Sozialpsychologie, also Gruppendynamik. Ja, okay. Und, ja, man kennt ja so diese Greenbelt-Geschichten, habe ich ein bisschen Ausbildung gemacht, aber es ist eher, geht eher in die wirkliche Sozialpsychologie, ÜDGO und so Geschichten. Okay. Und der erste Step war dann zu sagen, okay, ich möchte das nebenher machen halt so, und dann habe ich aber Lehre gemacht, keine Beratung mehr gemacht und Streaming gemacht. Und auf einmal habe ich halt mit dem Streaming, also, beziehungsweise, dann hatte ich mich qualifiziert für das Turnier in China und saß dann in so einem Fünf-Sterne-Hotel am Rande der inneren Mongolei, mehr oder minder, und habe dann mit 30 anderen Leuten, die ich halt nur so von Streams kannte, weil das halt die Vollprofis waren zu der Zeit, um, ich weiß nicht, das Preisgeld waren vielleicht 300.000 Dollar oder so, gespielt. Und ich saß da und hatte halt keine grobe Ahnung vom Spiel, weil ich halt drei Wochen nicht gespielt hatte, weil ich halt nur Blog-Seminare gegeben habe. Ja, ja, ja. Wo ich sage so, also, ich habe halt meinen Beruf, den ich davor hatte, halt als Hobby gemacht, weil ich habe vier Jahre Forschung gemacht, über, auch was ist Beratungswissenschaft zum Beispiel, und sieben Jahre Lehre. Und habe mich dann gefragt, was machst du denn hier eigentlich so? Ist das nicht eigentlich cooler, um die Welt zu reisen, lauter neue Leute kennenzulernen, irgendwo in China zu sitzen und Karten zu spielen? 300.000 Dollar, wie viel Geld ist das denn? Wie viele Seminare müsste ich dafür geben? Sehr viele Seminare. Man verdient sehr schlecht als externer Lehrdozent. Aber auch, ich hatte es so gesehen, keinen wirklichen Beruf davor, weil ich das einfach nur gemacht habe, weil ich da halt Bock drauf hatte. Im Prinzip war es ein Hobby. Und das war aber der Moment, wo ich gesagt habe, so, ich tausche mein erstes auf mein zweites Hobby und mache halt weniger Lehre und dafür mehr Streaming. Und habe mir tatsächlich noch einige Seminare noch lange in meine hauptberufliche Streaming-Zeit auch reingerettet gehabt. Ich habe in diesen immer noch Teamfähigkeit und Gruppendynamik gegeben gehabt, weil das einfach lustig war. Also, es hat Spaß gemacht. Okay, ja, also so ein harter Schnitt war das nicht. Du hast ja schon irgendwie deine Miete noch schon mit Seminaren bezahlen können und hast dann, ja, dir das gleiche Zeit für Twitch und Hearthstone investiert dann. Ja, wobei es halt schon relativ schnell ging. Sag das nicht laut. Die ganzen Leute, die sich einen abarbeiten, du sagst, ah, ging schnell. Aber ja, schön, ja. War noch eine andere Zeit halt auch, so. Also, das darf man halt nicht vergessen, so. Und ich hatte halt damals, gab es halt diesen Markt, diese Nische, die halt viel größer war, als man davon hätte brauchen müssen zum Leben. Und ich war halt innerhalb von, ich glaube, einem Monat auf im Schnitt 300 Viewer oder so. Wow, ja, okay. Und dann schnell einen Monat später auf 500, so. Das ist heutzutage ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wenn du halt immer noch ein gutes Produkt als Stream hast und eine gute Idee dahinter und dich fragst, so, was brauchen denn Leute, was ich ihnen geben kann in so einem Livestream, dann kommt man da, glaube ich, immer noch schnell hin. Also, wobei es halt heutzutage auch viel erlebt, dass halt Leute sagen so, ja, mir fehlt nur noch Kamera XY, drum kann ich jetzt noch nicht anfangen zu streamen. Oder drum habe ich keine Zuschauer. Hätte ich jetzt eine bessere Kamera, dann hätte ich mehr Zuschauer. Und es liegt nur daran, es ist halt alles Quatsch. Ja, das ist der Klassiker, dass Leute es dann darauf schieben. Ja, das habe ich auch oft genug gehört, diese Ausreden. Also, du wirst es aber den Menschen auch nicht erklären können, dass es nicht daran liegt. Also, ich meine, es ist eine Sache, wenn man von sich aus sagt, hey, ich würde ganz gerne meine Qualität verbessern. Aber nur für sich, weil man sich damit besser fühlt. Aber mit der Hoffnung reinzugehen, dass man dadurch hier der nächste Superstar wird, leider nein. Leider nein. Ja. Jetzt höre ich, dass du nach einem Monat 300 Zuschauer hast. Das fühlt sich ja, oder hattest, das fühlt sich ja erst einmal nach so einem Motivationsboost an. Hattest du so einen Moment, vielleicht hast du das auch schon gerade beantwortet, ja, der so deine Motivation extrem gefördert hat, als Streamer zu sagen, so, wow, jetzt gehe ich hier gerade voll gut ab? Ich glaube, das war ganz am Anfang. Also, weil die Schwierigkeit war, tatsächlich so, die Zeit zu überwinden, wenn du halt gar keine Zuschauer hast. Ich habe es ja angefangen gehabt, rein aus Forschungsinteresse. Und du sitzt halt am Anfang in deinem Zimmer und sprichst mit dir selber. Und als Streamer bist du das gewohnt, tatsächlich, einfach in deinem Zimmer zu sitzen und mit dir selber zu sprechen. Aber jeder, der bei Verstand ist, ist das nicht gewohnt. Sehr schön gesagt, ja. Und ich habe mich am Anfang dann auch gefragt, was machst du denn hier eigentlich? Also, ich glaube, jetzt drehst du komplett ab, so. Ich glaube, jetzt wirst du verrückt einfach. Und ich habe einen Trick gemacht gehabt, um mich selber auszutricksen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mich damals für Doktorandenstellen beworben gehabt schon. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Jahrzehnt oder so kein Englisch mehr gesprochen. Also habe ich auf Englisch gestreamt, einfach um Englisch zu üben. Weil wenn ich keinen Gesprächspartner hatte, dann dachte ich so, wenn ich schon den ganzen Tag zu Hause sitze und mit mir selber spreche, dann kann ich das auch auf Englisch machen. Ja, ja. Und so hatte ich mich ausgetrickst. Und lustigerweise kamen halt dann mehr und mehr Zuschauer. Und dann entwickeln sich auch Gespräche. Und dann kommst du dir nicht mehr so vor, als ob du ein absoluter Irrer bist, der einfach zu Hause sitzt, mit sich selber spricht. Verrückt, wenn das mal in Außenstehen da sehen würde, ne? Heutzutage ganz normal, sehr akzeptiert. Aber vor sechs, sieben Jahren schon ein unangenehmes Gefühl. Das kenne ich. Ja, und du siehst dich da selber. Und das hat dann so teilweise so, du siehst da immer den View-Account, da steht immer so 0 oder 1, weil du selber drin bist, ich weiß nicht. Und dann siehst du so, oh shit, 2. Ja, schnell cool sein, schnell cool sein, ne? Oh, wir haben gesucht. Und dann anfangen zu reden, aber das Problem ist, damals waren es so 15, 20 Sekunden Delay. Das heißt, bis ich angefangen habe zu reden, hat er das gar nicht gesehen, weil der hat halt nur einen Typen gesehen, der halt in einem Zimmer sitzt und nichts macht. Ja, ja, da war es schon zu spät, meistens. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Aber, weil du gefragt hast, die Motivation. Die Motivation waren tatsächlich die ersten Leute, die im Stream waren, wo dann eine Art Community, eine Art Kultur, eine Art Gemeinschaftsgeist entstanden ist. Oh, Kultur, schön. Ja, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Dass es schon sehr, sehr wertvoll ist, dass man als Streamer ja schon dann irgendwann mal eine Art, ja, ich nenne es mal Vorbildfunktion, ne? Ist und auch dafür verantwortlich ist, die Kultur in seiner Community zu hegen und zu pflegen, ne? Denn, ich glaube, also wir haben ja im deutschsprachigen Bereich, haben wir ja sehr viele ganz unterschiedliche Streamer. Und die Streamer haben auch einen ganz unterschiedlichen Schlag an Zuschauern, ne? Woran liegt das? Das liegt halt daran, wie der Streamer seine Rahmenbedingungen gestaltet innerhalb seines Streams, ne? Ja, es liegt im Prinzip, also es liegt daran, dass es halt mittlerweile Mainstream gesellschaftlich auch geworden ist, Gaming, so. Also ich weiß halt noch, als ich halt Dark Age of Camelot und so gezockt habe, zum Beispiel, das war halt eine Nische, so. Mittlerweile mit WoW war so der erste Boom, so. Und ich meine, dass die Kids an den Schulen halt Fortnite-Tänze machen, haben wir halt, weil das halt einfach mittlerweile im Grund der Gesellschaft angekommen ist. Und darum sind halt auch die Streams und auch die Viewer und die Kultur in Streams halt mannigfaltig, was auch ganz cool ist, finde ich. Ja, ja, absolut, ja. Ja, definitiv. Also nicht jede und nicht alles, was da passiert, aber okay. Ja, ja, da gab es ja letztens diesen Vorfall auf dem einen Server, aber darüber wollen wir nicht reden. Hast du denn auch das Gegenteil verspürt in deinen letzten fünf bis sechs Jahren, dass du sagtest, so, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, vielleicht sollte ich mal wieder außerhalb der Kamera Dinge tun? Ja, schon, immer mal wieder. Es sind, oftmals hat man harte Tage als Streamer. Das klingt, das klingt nicht so, als ob man das sagen darf als Streamer, weil du, das, was sich viele wünschen, zum Beruf gemacht hast, weil du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Und das ist ein absoluter Luxus, so. Aber dennoch so Tage, wo es halt gar nicht läuft, wo der Chat dich halt nur trollt, wo sehr viel Negativität da ist, wo du auch Mails kriegst, Hate-Mails oder Morddrohungen teilweise, was ich zum Glück äußerst selten habe, weil ich nicht der Typ dafür bin, sowas anzufangen. Aber ich denke, dass da viele Streamer sehr darunter leiden, so. Und es ist interessant, weil ich oftmals schlechte Tage am Stück hatte in bestimmten Aspekten, weil ein guter Stream ist halt, du hast halt Zuschauer, am besten verdienst du Geld, weil du bist selbstständig. Und die Anzahl deiner Viewer und deiner Subs hängt halt damit zusammen, ob du Existenzängste hast oder nicht. Und die Subs und die Zuschauer verhalten sich aber nicht unbedingt direkt proportional mit, wie du bist und was du machst, so. Das heißt, den einen Tag kannst du einen schlechten Tag haben und du machst ewig viel Geld damit. Und den anderen Tag gibst du dein Bestes und du kriegst halt nichts dafür, so. Es ist halt ein bisschen random einfach, so. Ja. Setzt man sich, ah ne, erzähl weiter, Entschuldigung. Und das Interessante ist, insbesondere wenn man halt E-Sports oder Pro-Gaming macht oder den Anspruch hat, ist halt immer auch noch eine Komponent, wie ist der Tag denn im Ergebnis vom Spiel her gelaufen. Also wenn ich zum Beispiel auf Top 10 Legend anfange und ich beende den Tag auf Top 200 Legend, weil ich einfach nur die ganzen, weil ich acht Stunden auf die Schnauze bekommen habe im Spiel, dann fühlt sich das halt nicht an, obwohl du zum Beispiel viele Zuschauer haben könntest, obwohl das Feedback gut war, obwohl viel Positives gekommen ist auf der Seite und obwohl du vielleicht auch noch ein Placement hattest und viel Geld gemacht hast, fühlt es sich einfach, weil es so viele unterschiedliche Komponenten gibt, wo du so gesehen einen schlechten Tag haben kannst, dann schlecht an, so gesehen. Ja. Ja, das sind alles Gedanken, die man sich dann erst macht, wenn man davon leben muss, ne? Also so Hobby-mäßig am Abend für zwei Stunden den Stream anschmeißen und wenn der Kacke war, nach 15 Minuten ausmachen, ist halt nicht, ne? Selten, ja. Ja. Setzt man sich dann irgendwie innerlich stark unter Druck, weil man weiß, du musst irgendwie doch Leute unterhalten? Du hast ja gerade gesagt, manchmal war das antiproportional, dass der Stream vielleicht blöd gelaufen ist, aber trotzdem da finanziell was rübergekommen ist. Aber trotzdem, was geht dann in deinem Kopf vor, wenn man sich denkt, ich muss hier gut sein, gut spielen, gut unterhalten, einfach einen guten Stream bieten? Naja, ich meine, alles, was du machen kannst, ist halt dein Bestes dagegen, so. Und ich hatte halt den Luxus, dass ich es halt, dass ich immer einen Plan B hatte, so gesehen. Ich habe immer gesagt, so, ich mache das jetzt, solange es mir Spaß macht und ich bin nicht zwingend darauf angewiesen, dass ich hier in der Selbstständigkeit bleibe, so. Weil zur Not schreibe ich meine Doktorarbeit oder ich mache Beratung und abgesehen davon arbeite ich gerade so mit dem besten Lebenslauf aus, den ich so haben kann. Weil wenn ich in der Gaming-Branche, die so boomt, mit einem Masterabschluss in Beratung dastehe und mit Erfahrung im Feld, weil ich, was weiß ich, alles gemacht habe, so, dann, ähm, dann ist es das so oder so schon wert, so. Also, der Prozess war halt immer da, aber das ist halt, das ist dann Luxus, wenn du nicht so zwingend aufs Ergebnis angewiesen bist. Hm, hm. Ja, ja, das stimmt, so einen Plan B zu haben. Wobei, es gibt ja auch viele Unternehmer, die sagen, äh, es funktioniert erst dann, wenn man keinen Plan B mehr hat, weil man alles auf den Plan A setzen, äh, muss. Das ist natürlich, da, da scheiden sich die Geister, ja, wie man damit umgeht, aber, äh, bitte? Sorry, das kommt ein bisschen darauf an, ob man sich intrinsisch oder extrinsisch motivieren kann. Ja, 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 absolut, da hast du recht, ja, ja, wer mit der Motivation keine Schwierigkeit hat, dem tut ein Plan B vielleicht gar nicht mal so schlecht, ähm, absolut, ja, ja, stimmt, es ist wirklich was dran, ähm, muss, müsste man, äh, das, das muss man auf jeden Fall auch noch mit einbeziehen in diese Überlegung, ähm, was genau würdest du für dich als Erfolg, äh, definieren? Für dich persönlich? Hm. In Bezug auf Streaming, oder? Ja, gerne. Weil so allgemein Erfolg ist, wenn mir die Pizza nicht angebrannt ist und sie gut schmeckt. Das hat doch keiner gesagt, ja. Ja, man muss ja auch über die Kleinigkeiten im Leben freuen, ne, auf jeden Fall. Ja, äh, Erfolg, äh, Also, ich erlebe Erfolg und vielleicht ist es dann nicht der Erfolg, sondern das Erleben von Erfolg. Mhm. Ähm, generell, wenn ich, also ich funktioniere viel über Erkenntnis und Wissen so gesehen. Mhm. Also, wenn ich Momente des Erkenntnisses habe, wenn ich blinde Flecke bei mir selber finde, oder wenn ich anderen Leuten Erkenntnis bringe, vielleicht sogar auch Erkenntnis über sie selber. Mhm. Und so, wenn Leute so ein Aha-Erlebnis haben und du Teil davon sein darfst. Ja. Ja, das ist, finde ich, einen großen Erfolg zum Beispiel. Ja. Ja, ist ja sehr spannend. Äh, ist absolut, äh, äh, losgelöst von irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, ja, finanzieller Natur, äh, sondern eher wirklich, äh, geistiger Natur. Erfolg im geistigen Sinne, ähm, finde ich toll, weil ich sehe das für mich auch sehr ähnlich, so dieses Thema Selbstreflektion und da kommt ja auch das Coaching im Prinzip her, ne, dass man Leuten auf der Reise hilft, zur Selbsterkenntnis zu kommen, in welchem Bereich jetzt auch immer, ne. Ähm, ähm, und wenn das, äh, so der innerste Antreiber ist für dich, ne, dann, ähm, dann glaube ich, ne, hast du schon deine Berufung gefunden, ne, äh, äh, wieso du das machst, finde ich, äh, sehr, sehr tolle, äh, Perspektive. Liest du denn nebenher viel Bücher in dem Sinne, um dich aktiv da zu reflektieren oder machst du das, ja, learning by doing auf diese Art? Äh, äh, ich hab durch das Streaming tatsächlich aufgehört, Bücher zu lesen, leider, ähm, und komm mir schon so ein bisschen vor, also hab ich jetzt, ich glaub, wenn du den ganzen Tag Hardzone spielst und einfach dich nur mit den kleinsten Zahlen, die es da draußen gibt, beschäftigst und einfach nur den ganzen Tag kleine Zahlen im Kopf rechnest und dich im Twitch-Chat irgendwie 24-7 unterhältst, nichts gegen meinen Chat, ihr seid, ihr seid toll, aber, äh, ja, also, man verblödet schon so ein bisschen, kommt mir so vor. Okay, ja, wir müssen vielleicht zu so einem Inselwissenden, ne, ähm, dass man sich sehr viel mit einem Thema beschäftigt und dann am Abend vielleicht die Kapazitäten für noch den Rundblick fehlen, oder? Ja, es ist allgemein die Zeit halt, also, ich mein, wenn du selbstständig bist und du streamst, sagen wir mal, 40 Stunden die Woche, dann machst du Vor- und Nachbereitung, dann machst du Meetings, weil du musst ja auch Akquise machen zum Beispiel und so weiter, dann bist du bei 50 Stunden die Woche, mindestens. Hm. Dann hatten wir immer noch ein oder zwei Firmen im Hintergrund, wo ich eingebunden war. Hm. Und wenn du dann noch E-Sports machst und Turniere spielst, dann ist die Woche rum, so. Und, äh, dann hast du noch kein Privatleben gehabt. Ja. Ja, das ist schon ein Batzen, also, liebe Leute, überlegt euch, das ist ganz gut, ob ihr das Vollzeit machen wollt. Also, ich mein, den meisten Selbstständigen geht das so. Und wenn du selbstständig halt in verschiedenen Bereichen gleichzeitig bist oder so, dann, äh, kostet das halt was. Hm, hm. Ja, stimmt. Du hattest ja, also, es ist vielleicht schon so ein, äh, ausgenudelter Begriff, aber den hast du ja, äh, im letzten Stream mit Johnny, hast du ja auch erwähnt, ne, selbst und ständig, ne? Ja. Äh, das ist eine Selbstständigkeit und, ähm, das ist, äh, du spürst den Beweis an eigenem Leibe sozusagen auch, ne? Ja, ich würde aber nicht tauschen, so, glaube ich, ja. Okay. Aber das ist, das ist halt auch, weil mein Freiheitsbedürfnis schon ein bisschen größer ist als so mein Sicherheitsbedürfnis, so. Mhm, hm, hm. Aber das muss jeder für sich dann entscheiden. Hm, ja, genau, ja. Ähm, was ist denn jetzt, auf die Gefahr hin, dass du dich auch wiederholen wirst, äh, das, was du in deinem Video erzählt hast, was ist denn gerade deine größte Baustelle an deiner Selbstständigkeit? Ähm, es gibt verschiedene, tatsächlich habe ich die größten Baustellen jetzt, äh, in 2020 schließen können. Mhm. Ähm, ich habe mein Setup tatsächlich geupdatet, zum ersten Mal seit sechs Jahren. Ähm, du hast ja ein neues Mikrofon gekauft. Ja, das hatte ich schon länger, ich habe das nur nicht an den, an den Rechner bekommen, aber ich habe mir einen Monitor gekauft. Okay. Ich habe immer noch auf dem 4x3 Monitor. Du, das Hearthstone-Brett ist ja nur 4x3, oder? Ja, nee, das war ein 27. Also ich hatte einen alten 27 Zoll Monitor und einen 4x3 Monitor, aber ich hatte ein mobiles Setup, weil wir halt zu viel gereist sind in dem Stream. Ah, okay. Und weil ich jetzt auch sieben Monate in Sri Lanka gewohnt hatte, ähm, aber, ähm, was ich mache ist, das bin ich jetzt angegangen, ein neues, ähm, eine neue Corporate Identity oder generell mal eine Corporate Identity aufzusetzen für den Stream mit Logos, mit einer Vision, mit der Story dahinter, so die Geschichten. Und dann YouTube kommt so als nächstes, da bin ich jetzt dran, das anzugehen. Das sind so beruflich so die Hauptbaustellen, ähm, ich würde gerne wieder ein bisschen Beratung machen in dem Feld, so, das habe ich mir für das Jahr mitgenommen oder vorgenommen und dann wieder halt Richtung Game Studies mehrere Geschichten zu machen, so, und da bin ich aber auch gerade schon dabei, also, von daher gesehen konnte ich zum Glück schon relativ viele Baustellen letztes Jahr schließen. Das heißt, Game Studies auch eigene Veröffentlichungen? Äh, noch nicht. Ich möchte das erstmal, ähm, ich näher mich dem Thema über die Unterhaltung her, dass ich es on Stream machen kann so und auch auf YouTube machen kann und die, äh, in Anführungszeichen Veröffentlichungen sollen dann eher YouTube, äh, themenzentrierte Videos sein. Okay, ja. Ist ja auch eine Veröffentlichung vielleicht nicht ein Paper, das du irgendwo einreichen kannst, ja, bei einer Konferenz, aber, äh, trotzdem, ähm, trotzdem, also, das Format YouTube wird, glaube ich, mehr und mehr noch mehr an Gewicht gewinnen, wenn es darum geht, irgendwie, ähm, ja, Erkenntnisse mit der Menschheit zu teilen. Ich glaube schon, da wird die, die Grenze zwischen, ah, wir sind die Wissenschaft, wir veröffentlichen nur irgendwelchen Magazinen, ja, äh, und, ach, ihr seid ja nur die YouTuber, ne, ihr habt ja nichts im Kopf. Ja, vor allem halt, weil, ich meine, es gibt halt einen Guide zu allem auf YouTube, so, ich meine, ich habe neulich meinen Wasserrahmen reparieren müssen, so, ich habe halt keinen Klempner gerufen, sondern einfach ein YouTube-Video dazu angeschaut. Sorry an die örtlichen Klempner. Das Geld hast du ihnen nicht gegönnt. Ja. Nee, es ging einfach schneller, also, es geht einfach schneller, so. Ja. Also, ich meine, das war jetzt auch noch kein Hexenwerk, ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, äh, ja, ich, ich bin auch derjenige, der versucht, weitestgehend alles im Haus, ich habe, äh, glücklicherweise, äh, Eigenheim, das bedeutet aber auch sehr, sehr viel Handwerkszeug, das man dann am Haus anpacken muss, und wenn ich wegen allem, wenn ich wegen allem den Handwerker rufen müsste, dann, tut mir leid, dann würde mein Gehalt leider nicht ausreichen. Dann hättest du kein Eigenheim mehr jetzt. Dann hätte ich kein, ja, hätte ich kein, ja, hätte ich kein, bis ich mit meiner Familie auf der Straße lebe. Ja, nee, deshalb lieber selber nochmal anpacken. Fühlt sich auch manchmal auch ganz gut an, mal selber gemacht zu haben, ne? Ja, true, ja. Ja. Naja, ähm, kommen wir zu, zu etwas ein wenig anderem, weil du, du hast ja auch, äh, Coaching, äh, Coaching-Erfahrungen, ja, äh, sowohl, äh, außerhalb, äh, der Videospielbranche, als auch der, äh, als auch innerhalb der Videospielbranche, in Hearthstone, äh, im speziellen, oder in Karten, meistens in Trading-Card-Games, ne? Oder hast du noch irgendwo anders gecoacht? Ähm, fast alle in Hearthstone. Ich mein, jetzt in Legends of Runeterra. Mhm. Äh, äh, und in Hearthstone Battlegrounds hab ich ein paar Coachings gemacht, was ja eher in die Autobrawler-Richtung geht, aber ich mein, es ist auch Hearthstone, right? Ja, 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 okay. Ähm, genau, und, ähm, ich, ich hab, ähm, einige Erfahrungen im Coaching, also im klassischen One-on-One-Coaching, äh, gesammelt und hab, äh, da auch einiges an Theorie gewälzt und, ähm, mein, mein persönlicher YouTube-Kanal hat auch mit der Idee begonnen, äh, da die Games-Branche und der E-Sport so ein großer, dicker, zukünftiger Markt ist, ähm, gibt's auch Bedarf nach diesen Coaching-Themen in der Games-Branche. Bin aber sehr, sehr schnell auf so eine Diskrepanz für mich gestoßen, denn wie ich Coaching wahrgenommen habe, ist es anders als das, was, was ich in der Games-Branche gesehen habe. In der Games-Branche wird mehr oder weniger alles als Coaching bezeichnet, obwohl ich da noch Abstufungen sehe, ne, also ich, ich persönlich mach einen Unterschied zwischen Training, Mentoring und Coaching, ja, und ab, abhängig davon, auf welchem Niveau der, äh, der Gegenüber, der Schützling, sag ich mal, ist, muss man andere Mittel anwenden, ja, bei jemandem, der vielleicht am Anfang ganz, ganz wenig von der Materie versteht, den muss man trainieren. Wenn er dann ein gewisses, äh, Basis-Level-Annohow hat, den begleitet man als Mentor und später, wenn der Spieler ein gewisses, ja, ich sag mal, Plateau erreicht und von sich aus nicht mehr weiterkommt, ja, dann, äh, dann coacht man aber nicht mehr aus der Perspektive, ich bringe dir was bei, sondern ich helfe dir bei deinen Gedankengängen und stelle, äh, powerful Questions, ja, die dich dazu führen, selber zur Erkenntnis zu kommen, denn das ist ja dieses, ja, äh, gebe einem Fisch, äh, gebe einem Mann einen Fisch und der wird, äh, 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 sich einen Abend satt essen, zeige dem Mann, wie man, äh, angelt und er wird sein Leben lang, äh, äh, satt sein, ne? Das ist so dieses Lernen beibringen. Das kommt aus meiner, aus meiner Ecke, jetzt hab ich in der Gamesbranche festgestellt, es wird alles irgendwie als Coaching bezeichnet. Ähm, wie siehst du das mit mehr Erfahrung in dieser Ecke als ich? Ähm, naja, was du sagst, ist halt so die Graduierung zwischen fach- und prozessorientierter Begradung, im klassischen Sinne. Ähm, im Gaming-Bereich ist alles Coaching. Ähm, äh, du sprichst mit jemandem, das ist Coaching, jemand zeigt dir, wie ein Spiel funktioniert, das ist Coaching, jemand, äh, weist sich auf die blinden Flecken hin und macht ein tatsächliches Coaching zum Beispiel, das ist auch Coaching. Aber gerade richtige, in Anführungszeichen, Coachings findest du halt nicht wirklich viele. Es gibt Coaching-Plattformen in der Saison, mittlerweile ein relativ großer Tertiärmarkt geworden. Ähm, schon seit längerer Zeit, so. Ähm, aber es ist, es, Coaching ist halt, und das Problem, ich meine, du kennst es ja, äh, wenn du zum Beispiel einen Master in Coaching hast, so, das ist kein geschützter Begriff, so. Ja, ja, ja. Das heißt, Coaching ist halt, jeder nennt es halt Coaching, jeder macht irgendwas, so. Genau. Und dementsprechend hat es dann nicht den besten Ruf, so. Aber ich hab in etwa, ich weiß nicht, zwischen zwei und dreihundert, äh, Hearthstone-Coachings, auch zwei Stunden wahrscheinlich gemacht. Ähm. Und, ähm, hab das Konzept dann runtergebrochen, also, ähm, hab eine Anamnese-Phase erstmal gemacht. Das ist super unüblich, weil niemand anderen weiß, was das überhaupt ist, der eigentlich aus dem Gaming kommt. Ähm, und dann so ein Vorspiel, wo du halt noch nichts sagst. Was tatsächlich so unüblich ist, dass die meisten Zuschauer halt davon schon fast provoziert waren. Ja, ja, ja. Dass du daneben sitzt und einfach zuschaust, was der macht, so. Ja, ja, ja. Aber es geht ja darum zu verstehen, wo steht denn der Gegenüber und welche Probleme hat er denn an dieser Stelle? Und was sind die Probleme, die er herwinden muss, um an die nächste Stelle zu kommen? Und dann nicht ihn einfach drauf zu drücken und zu sagen, hier sind deine Probleme, so, sondern ihn selber rausfinden zu lassen. Und das ist dann nachhaltiger, so. Und, also, ich hatte sehr viele interessante Coachings in dem Bereich, auch von Leuten, die halt beruflich sehr viel Coaching-Erfahrung hatten. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern. Der war irgendwie im Hochfinanzwesen unterwegs und der meinte so, ich hab eine Million Coachings gemacht. So, ich krieg von meiner Firma jede Woche an Coaching reingedrückt. So, ich hab gar keinen Bock mehr auf Coachings. Und ich hab ein Coaching mit dem gemacht und der meinte so, er hat mehr in dem Coaching gelernt, als in allen berufsmäßigen Coachings zusammen über sich. Und das fand ich bemerkenswert. Ja. Also, das ist mir, also, nachträglich noch in Erinnerung geblieben. Also. Ja, ja. Ja, äh, verstehe. Gerade, dass, gerade, dass es, äh, dass der Begriff Coaching so, so hart, äh, so ein hartes Buzzword geworden ist. Auch gerade, wenn du auch auf LinkedIn unterwegs bist, jeder ist Live-Coach, Personal-Coach, Gaming-Coach, was weiß ich, ja. Äh, äh, und dann, ähm, ja, wollen die dir irgendwas verkaufen, ja. Und, ähm, in den meisten Fällen stimmt dann die Erwartungshaltung nicht vom Kunden oder vom Coachee gegenüber dem, was der Coach eigentlich anbieten kann. Und ich glaube, da gibt's noch eine ganz, ganz schwierige, ganz, ganz schwieriges Missverständnis von dem, was ein Coach eigentlich leisten kann und soll, ne. Ähm. Aber dankeschön für die, für die, äh, für, äh, die, äh, Erklärung, dein Blick aus der Games-Branche. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Bevor wir uns jetzt, äh, langsam, äh, dem Ende widmen, ja, ähm, hast du noch ein, ein allerletztes Statement für Leute, die versuchen, äh, in die Twitch-Streaming-Welt einzutauchen oder die in die Selbstständigkeit gehen wollen damit, ja, ähm, worauf sie achten sollten und, ja, was du ihnen so mit auf den Weg geben möchtest? Wir haben vorhin, äh, mal intrinsische und extrinsische Motivation, äh, angesprochen, ja. Also, ich kann Leuten nur raten, anzufangen, wenn sie anzufangen wollen zu streamen, sich zu überlegen, warum sie das wollen. Und wenn die Antwort ist Geld, dann sollen sie es sein lassen, weil damit werden sie nicht glücklich. Weil dann werden sie weder erfolgreich werden, noch Geld kriegen in der Regel. Und damit ist der Ziel, weshalb man anfängt, schon nicht erfüllt, so. Man sollte es machen als Hobby erst mal. Und wenn es dann gut läuft und wenn es dann was für einen ist, dann ist es gut. Man sollte sich in die Situation bringen, weil ich glaube, das Schwierigste am Streamen ist es, anzufangen einfach. Ich habe so viele Leute getroffen, die immer davon gesprochen haben, dass sie anfangen und immer Pläne geschmiedet haben, wie sie genau anfangen und warum sie wann wo anfangen. Und die haben immer dann den nächstbesseren Stichtag abgewartet und haben nie angefangen zu streamen. Immer fleißig geplant, geplant, geplant. Aber in der Ausführung kapert es dann, ja. Ja, kam halt nicht so. Also einfach machen, eben machen, besser zu werden und nicht zu viel am Anfang reinzustecken. Also auch Leute, die ein Equipment kaufen am Anfang von mehreren tausend Euro, um anzufangen zu streamen. Ich stream immer noch, ich weiß nicht, ob man es an der Kameraqualität zieht, auf dieser Logitech-Kamera von vor sechs Jahren, die 50 Euro gekostet hat. Du, heute kostet sie, im März 2020 hat die 240 Euro gekostet, ne? Echt? Ich habe mal, aus Neugierde habe ich mal geguckt bei Amazon. Jetzt kostet sie 140, aber im März 2020 hat sie 240 Euro gekostet. Alle ab ins Homeoffice und ihr braucht Kameras, ne? Jo. Okay, also Ebay-Kleinhandzeigen, let's go. Ja, die Kohle machen. Ja gut, vielen, vielen Dank. Sonst noch einen letzten Gedanken, den du gerne teilen möchtest in meinem Interview mit deiner Community, mit der Welt. Hab euch lieb. Ah, sehr schön. Sehr schönes Ende. Kamlan, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Dankeschön. Und an alle Zuschauer, die bis jetzt noch dran geblieben sind, auch euch einen vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis bald. Danke. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020